So, dann sage ich mal ein herzliches Willkommen liebe Webinar Teilnehmer zum heutigen JFD Invest Webinar Trading und Investieren leicht gemacht. Da möchte ich euch heute an dieser Stelle abholen. Chris Kämmerer mein Name und natürlich hier schon sehr sehr lang mit JFD verbandelt. Und JFD hat hier eine grandiose Entwicklung hingelegt vom Broker mittlerweile zur Bank. Ihr seht es auf unserer Website und natürlich sind wir hier auch im Rahmen eines Auftrags unterwegs. Damals als Game Changer um die, sage ich mal, Branche zu revolutionieren. Jetzt im Rahmen der Investment Revolution und das ist auch nicht weit hergeholt, denn wir haben hier noch Großes vor. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch da ein Stück weit abholen kann heute im Rahmen unserer digitalen Vermögensverwaltung. Frage an der Stelle, wer von euch hat denn schon bei JFD Invest hier investiert bzw. kennt dies? Fragen wir mal so, wer kennt denn JFD Invest schon? Und mich würde mal interessieren, ob wir hier Wiederholungstäter im Raum haben oder sozusagen alles Neueinsteiger. Gibt es mir da doch mal kurzerhand Feedback? Ah ja, der eine oder andere ist sogar schon investiert. CFD Account. Und Ulrich an der Stelle bei JFD oder extern. Aber da ihr natürlich das JFD Webinar besucht, vermute ich auch ihr seid JFD Kunden. Insofern freut es mich ja umso mehr. Nun denn, de facto haben wir ja hier viele Sachen verändert in der Branche. Und jetzt ist es nun so, dass wir hier die Fragestellung vor einigen Jahren schon hatten, wie wir auch Anlegern und Tradern helfen können, die schlichtweg an Zeitmangel leiden. Also ein Zeitmangel im Rahmen der eigenen Investments oder speziell auch des Tradings. Denn klar ist, dies ist ein schönes Hobby, aber auch eine sehr, sehr zeitintensive Nebensache in Anführungszeichen. Darum gibt es ja auch viele Berufshändler, die das eben auch aus gutem Grund nicht nur zwei, drei Stunden, sondern eben auch teilweise den ganzen Tag über tun. Obgleich die Volatilitäten sehr gering derzeit sind, ist es dennoch so, dass natürlich Trading auch sehr anspruchsvoll ist und eben hier neben der Zeit auch viel Know-how bedarf. Und das ist ein Punkt, den wir natürlich auch auf der Agenda haben. Und da wir, wie eingangs ja auch schon gesagt, die Branche ein Stück weit damals schon revolutioniert haben im Rahmen unseres Transparenz-Konzeptes, war es uns auch anliegen, hier im Rahmen der Copy und Social Trading, sage ich mal, Manie, die ja schon vor einigen Jahren aufkam, da auch etwas anders zu machen. Denn de facto, und das wird der ein oder andere auch wissen, hat sich da die Branche, ohne große Marktplayer zu nennen, aber hier in vielen oder vor vielen Jahren sehr stark in Stellung gebracht. Aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, haben erstaunlich wenige Kunden tatsächlich Erfolg bei diesen, sage ich mal, Copy und Social Trading Systemen, weil da der Fehler auch oft im Detail liegt und im Hintergrund. Und da haben wir uns eben auch gedacht, hey, Game Changer, neben dem, dass wir die Brokerbranche revolutionieren, wollen wir jetzt da auch in der Richtung Social Trading eben etwas anders machen. Und da ist genau der Punkt gefallen, hey, wir brauchen auch eine Miro-Copy Trading Lösung-Digitale Vermögensverwaltung. Und diese, liebe Leute, findet ihr hier oben, wenn ihr auf den Investieren-Button geht, neben der Tatsache, und das freut mich auch an der Stelle nochmal anzubringen, dass wir ja hier seit Februar den echten Aktienhandel, gut, echte Aktien haben wir schon seit einiger Zeit mehr, aber hier eben den echten Aktienhandel kostenfrei anbieten. Das ist natürlich ein riesen USP, das heißt, der Anleger, der Dividendentitel sucht natürlich die großen Blue Chips, die auch reichlich Dividende ausschütten. Die können hier kostenfrei, keine Kontoführungsgebühren, keine Depotkosten, nichts dergleichen eingekauft werden, weil eben auch keine Handelsgebühren und dann kann man hier Dividenden kassieren. Für uns, ganz offen und ehrlich, ist das natürlich ein Auftrag und auch eine Ausgabe, diese Aufklärung hier zu vollziehen und das kostet uns auch Geld, sehen wir aber als Marketingaufgabe, um eben hier auch den klassischen Punkt der Diversifikation ein Stück weit auch breiter zu streuen, denn ein jeder Anleger sollte natürlich nicht nur in Aktien investieren oder auch nicht nur in Immobilien, sondern sollte auch mal ein Stück weit über den Tellerrand schauen und da werden eben Index-Trades oder eben auch beispielsweise Devisenhandel, Edelmetallhandel, wird da interessant, aber wie den Zugang finden. Und genau da kommt es jetzt auf den Punkt von JFD Invest. Klicken wir da direkt mal rein. Hier die Tatsache, der Umstand, dass wir hier mit diesem Klick auf die Plattform abgeholt werden, hier von Serge, der uns anschaut und einfach mal begrüßt nach dem Motto investieren leicht gemacht. Okay, was hat das zu bedeuten? Nun, im Rahmen der digitalen Vermögensverwaltung ist es so, dass ihr hier eine Art Portfolio Manager seid. Das heißt, ihr legt Strategien und Systeme fest, die ihr vorher auswählt anhand eures Risikoappetits und hinten raus müsst ihr nicht jeden Tag selber die Knöpfchen drücken, sondern wir bieten eben euch Lösungen an, wo die Strategien automatisiert handeln. Und das ist jetzt auch ein kleiner, aber feiner Unterschied, denn diese Strategien handeln eben a. Echtgeldkonten und b. ist es auch so, dass hier ein ganz kleiner, aber feiner Unterschied ist, nämlich, dass wir diese Orders der Follower auch als Sammelorders ausführen. Bike Execution nennt sich das. Ja, also zum einen gibt es bei uns nicht irgendwelche Demo-Spielkonten, wo irgendwelche Leute da seit zwei, drei Monaten mal theoretisches Geld erwirtschaften. Dann werden sie plötzlich zum Follower oder besser gesagt zum Masteranbieter und dann folgen diesem, sag ich mal, Demo-Account plötzlich 100, 200 Leute und nach einem halben Jahr, nach zwölf Monaten ist das Geld plötzlich futsch und man stellt sich die Frage, hey, was lief denn hier schief? Ja, zum einen ist es eben kein zertifizierter und geprüfter Trader gewesen. Das heißt, bei uns alle Systeme, die hier am Start sind, durchlaufen einen Prüfungsprozess des Portfolio-Managements und die sollen eben auch Risikoparameter erfüllen, je nach Risikoappetit eben entsprechend, die eben den Kriterien gerecht werden und die am Ende des Tages natürlich hier auch einen positiven Erwartungswert haben, weil es macht ja keinen Sinn, dass wir Geld sozusagen annehmen, verwalten und am Ende des Tages ist nichts mehr da. Wir von JFD leben eben hier von dem Handelsgeschäft, von dem Kommissionsmodell und das ist natürlich so, dass wir auch nur von profitablen Kunden ernten können, beziehungsweise diese Kunden, wenn sie denn handeln und uns eine Handelsgebühr da lassen, eben wie klassisch, ich sage mal, der Postbote mit der Briefmarke, eben hier von A nach B. Wir führen den Handel von euch zum Markt und wieder zurück und das ist praktisch für diese Leistung eine erbrachte Kommission, die wir haben, die wir beim Aktienhandel nicht haben, aber eben bei allen anderen Handelssymbolen und da machen wir sozusagen genau auch hier am Ende des Tages diesen Kreis wieder zu und bieten euch hier eben diese komplette Lösung. Jetzt ist es aber eben so, dass am Ende des Tages der Anleger, wenn er denn so einem System folgt und eben keine Bulk-Execution, die Sammelausführung hat, hier an erster Stelle am besten ausgeführt wird und der Follower Nummer 122, Nummer 150 oder wenn 500 Follower da dran hängt, plötzlich Nummer 499, eine ganz andere Ausführung bekommen als der erste oder eben auch der Master-Kontoführer zum Beispiel. Das heißt, hier liegt der Fehler im Detail, dass man sich das vorstellen wie am Fließband. Der erste bekommt noch den besten Preis, der zweite auch noch, dritte, vierte, fünfte weicht schon ein bisschen ab und alles, was zwei- und dreistellig wird, die bekommt eine ganz andere Ausführung. Das führt am Ende des Tages dazu, dass die Performance der ganzen Follower eine völlig andere ist, als die vom Master-Konto, wenn das Master-Konto überhaupt langfristig profitabel ist. Und das sind zwei so Punkte, die man mal definitiv erwähnen muss, die uns ganz deutlich unterscheiden von anderen Copiesystemen, die auch jetzt immer noch aktiv sind. Und das an dieser Stelle. Also Echtgeldkonten, B, eine gesammelte Marktausführung für alle Follower und ein Prinzip dessen, das ich auch hier nochmal nach vorne tragen kann, wir verdienen die Handelsgebühren, ganz offen und ehrlich, auch bei diesem JFD-Invest-System, aber es gibt keine Gebühren darüber hinaus im Rahmen Einrichtung und Verwaltung. Ihr seht das hier, ja, das ist ja Wahnsinn, was teilweise hier auch insbesondere Vermögensverwaltungsinstitute hier teilweise noch verlangen. Bei uns gibt es nur eine Performance-Fee. Was ist das? Da könntest du auch hier einfach draufklicken, da haben wir unten Fragen und Antworten und da wird auch hier dargestellt, was es überhaupt heißt, Performance-Fee und was das Setup High Water Mark bedeutet. Um es kurz zu machen, dies bedeutet, dass nur Gewinne fällig werden, wenn auch neue Gewinne im Account erzielt werden. Neue Höchststände muss ich an der Stelle noch anbringen. Ja, wenn neue Höchststände erwirtschaftet werden, dann wird eine Gewinnbeteiligung fällig, völlig fair und transparent und bleibt eben die Rendite aus, was auch passieren kann. Das heißt, eine Seitwärtsphase, Drawdown-Phase, es werden eben keine neuen Höchststände erzielt, dann ist das Ganze auch kostenfrei. Also fairer geht es ja praktisch nicht und das ist genau der Zugang, wo ich sage, hey, schaut euch das genauer an. Überdies haben wir natürlich auch hier im Rahmen der Risikotoleranz Strategien, um die, und da haben wir jetzt mal hier die jährlichen Renditen von 20 bis 40 Prozent, obgleich, wenn ihr hier auf unsere Top-5-Strategien geht, nun das Ganze auch ein bisschen mehr Geschmäckle bekommt, sage ich mal. Ja, ihr seht es hier, sehr, sehr starke Renditen, aber auch hier Equity-Balance-Abweichung kann man mal so sehen, dass das hier die zu verdauenden Rückschläge temporärer Natur sind, die mit einer Strategie von hier vorne einhergehen. Ich meine, Galileo, außerordentlich starker Ertrag mit einer im Verhältnis gesehen völlig super orientierten Schwankungsbreite, minus 23 Prozent bei einer Rendite von 85 Prozent ist einfach super, aber man muss eben auch mal die minus 20 Prozent verkraften können. Das wird bei Hyperion nochmal eine Nummer deutlicher, ja, hier die Rendite auch außerordentlich stark, aber hier auch eine sehr, sehr hohe Schwankungsfreudigkeit, auch in den negativen Bereichen. Und das muss eben jeder für sich mal abschmecken, ob das hier tatsächlich, naja, wie will ich sagen, nicht vielleicht zu volatil ist. Aber ich kann euch ja an der Stelle gleich abholen, im Rahmen der digitalen Vermögensverwaltung ist es ja auch so, dass ihr die Systeme mixen könnt. Ja, das heißt ja nicht, dass ihr nur Galileo nehmen müsst oder nur Hyperion, sondern ihr könnt das Ganze auch schön mixen. Dazu komme ich gleich, wir haben ja auch hier bei JFD Invest seit dem Launch im letzten Jahr September einen Demo-Account aufgelegt. Demo, jetzt erzähle ich selber den Stuss, Quatsch. Einen Master-Account, das ist es. Also wir haben praktisch ein 10.000-Euro-Konto, Echtgeldkonto aufgelegt, um euch hier in diesem Webinar zu zeigen, wie JFD Invest funktioniert. Und in diesem Account, wie gesagt, kein Demo, um Gottes Willen, das war jetzt einfach nur eine Floskel in meinem Ausspruch. In diesem System haben wir sozusagen bewiesen, was man mit 10.000 Euro machen kann. Und da schaltet man eben Systeme auf und ab und setzt nicht alles nur auf Rot oder Schwarz oder nur auf ein System, sondern wir haben hier mal ein Portfolio-Mix, wie ihr dann sehen werdet, von 4, 5 mal 6 Strategien mal ein bisschen mehr Cash. Das ist immer die Schwankung, die wir hier so ein Stück weit eben ausstrahlen. Und diese Strategie, beziehungsweise das Portfolio, zeige ich euch dann in Kürze gleich einmal. Aber nochmal zum Ablauf generell, hier oben mal die USPs kurz benannt. Wie geht es denn aber nun los? De facto, und da gehe ich gleich mal rein dann, müsst ihr euch mit einem JFD Invest Profil sozusagen anmelden. Da habt ihr noch nichts gekauft oder unterschrieben. Um Gottes Willen, das kann man ganz lapidar tun. E-Mail-Adresse hinterlegen und dann habt ihr ein JFD Invest Profil. Dieses Profil braucht ihr, um euch mit einem JFD Invest Konto zu verknüpfen. Das aus der Plattform heraus oder ganz simpel hier oben unter dem Anmelde-Button für myJFD, wenn man hier drauf geht, haben wir praktisch unseren geschlossenen Kundenbereich. Und da könnt ihr in diesem Bereich Auszahlung machen, wenn ihr mehrere Konten habt, das Geld hin und her switchen und dergleichen. Und könnt eben auch Subkonten eröffnen, Schrägstrich spezielle JFD Invest Konten. So, und wenn ihr diese Konten sozusagen dann habt, oder speziell so ein JFD Invest Konto, dann müsst ihr dieses mit dem Profil verknüpfen. Denn ihr könnt auch mehrere Profile anlegen, meinetwegen Profil spekulativ, Profil konservativ, aber ihr könnt auch mehrere Konten anlegen. De facto muss das Profil mit dem Konto dann verbunden werden. Und dann könnt ihr intern über myJFD oder eben mit einer Direkteinzahlung das Ganze dann praktisch auch auf das entsprechende Konto bringen. Und interessant hier zu wissen auch, dass diese Invest Konten mit einem hohen Hebel abgeschmeckt, vielmehr versehen sind. Das heißt, das sind alles Professional Accounts. Warum? Weil diese Accounts natürlich den Master Accounts unterliegen. Und die Masters sind auch alles Professional Traders. Und die agieren hier mit hohem Hebel. Nicht, dass jeder diesen Hebel braucht. Aber es ist so, dass die JFD Invest Konten mit einem höheren Hebel fahren. Und hier die Geschichte, dass ihr bei diesen Konten praktisch keinen Eingriff oder Einfluss nehmt. Deswegen heißen die auch Invest Konten. Das heißt, diese Konten dienen wirklich nur darum, die Strategien aufzusetzen und euer Kapital zu verwalten. In diesen Konten könnt ihr nicht selber handeln oder Stops verschieben oder irgendwelche neuen Take Profits festlegen. Diese Konten sind rein nur im View-Modus, also im Betrachtungsmodus, einsehbar. De facto, auch für alle die, die hier noch nicht bei JFD Invest integriert sind, könnt ihr auch mit dieser Website hier. Ich scherze euch gleich mal rein. Nochmal, dass ihr hier praktisch da an derselben Stelle wie ich seid. Klickt da gleich mal drauf, wenn ihr jetzt ohnehin nicht schon die Seite geöffnet habt. Jetzt muss ich mal kurz, ich nehme jetzt einfach mal den Link, der mir hier als erstes entgegenfliegt, in den Chat, an alle Nachrichten hier rein, zack, bumms. Da draufklicken, dann seid ihr praktisch hier genau auf dieser Seite, wie ich jetzt investieren, leicht gemacht. Und wenn wir ein Stück weit nach unten gehen, haben wir eben die Top 5 der besten Strategien. Wir haben mittlerweile auch eine neue Strategie gelauncht. Und es kommen in diesem Jahresverlauf noch weitere 5 bis 6. Das weiß ich, weil ich auch die Strategieentwickler kenne. Und wir haben hier auch Strategien aus unserer eigenen Vermögensverwaltung mit integriert. Und diese könnt ihr euch genauer anschauen, wenn wir hinten auf den Action-Button gehen, nämlich hier folgen. Das heißt noch nicht, dass ihr folgt, wie auch, wenn ihr hier noch nicht mal registriert seid. Aber ihr könnt schon mal Einblicke in die Plattform nehmen. Und wenn ihr da auf folgen klickt, dann seid ihr sozusagen jetzt schon mal in dem JFD-Universum drin. Und könnt hier einfach mal reinschauen, was es damit auf sich hat. Ich habe jetzt mal auf die Strategie geklickt. Galileo in dem Fall ist auch völlig egal. Ihr könnt auch jede andere Strategie anklicken. Und dann seid ihr hier in diesem, sage ich mal, Umfeld. Da seht ihr praktisch die Monatsperformance dann schon mal genauer aufgeführt. Verschiedene Risikoparameter zur Strategie und dergleichen. De facto haben wir hier aber einen Gastzugang. Das ist wirklich nur Gast und ihr seid nicht registriert. Wenn ihr das ändern wollt, müsst ihr einfach da draufklicken und könnt euch sozusagen mit eurer E-Mail und dem entsprechenden Passwort registrieren. Falls ihr das Ganze nicht habt, don't have an account, zack hier, klick. Dann kommt ihr zu dieser Maske, um euch ein Profil anzulegen. Und dann könnt ihr euch praktisch registrieren, auch ein Avatar hinterlegen. Und im Übrigen können wir das Ganze dann auch auf Deutsch machen. Also vom Englischen aufs Deutsche. Dann könnt ihr euch hier registrieren, zustimmen, fertig, Konto erstellen. Und dann habt ihr sozusagen keinen Gastzugang mehr, sondern ihr seid dann hier oben mit eurer Accountnummer beispielsweise unter eurem Namen und wenn ihr ein kleines Avatar-Bildchen einbauen wollt, sozusagen registriert. Und dann habt ihr noch einige Möglichkeiten mehr. Zeige ich euch dann gleich, wenn ich mich mit unserem Login dann einklicke. Aber de facto könnt ihr hier schon mal auf die Strategien gehen als Gast und seht, was da so rennt. Ihr könnt die auch sortieren lassen nach Rendite, nach letzten Monat, nach Jahresperformance, nach Abweichung, vergleichbar, Drawdown. Und hier gibt es eben auch eine Seite 2, wo wir im Prinzip hier Strategien sehen, die so ein bisschen, ja ich sag mal, hinten anstehen. Ganz klar, es gibt im Universum des Investments keine Garantien, keine Sicherheiten. Und natürlich sind das hier bei mir auch alles keine Handelsempfehlungen. Jeder ist selbst verantwortlich für sein eigenes Geldmanagement. Und da gibt es natürlich hier auch immer so tolle Geschichten wie, ich füge den gleich mal ein, den Risk-Disclaimer, ja, so, wo haben wir das hier? Den zeige ich euch jetzt mal da, genau, Risiko-Risk-Disclaimer, ganz wichtig, ja, dass ihr da auch genau wisst, dass das hier praktisch eben keine Handelsaufforderungen sind. Ja, und ihr auch hier da entsprechend natürlich eigenverantwortlich seid. Und diese Strategien können auch mal Drawdowns aufweisen, können auch mal seitwärts laufen, auch eben mal Verluste produzieren. Aber das Ganze streut ihr im Prinzip, wenn ihr euch einen Korb zusammenlegt. Also nicht nur eine Strategie auswählt, sondern beispielsweise drei, vier oder fünf. Da kommt es natürlich darauf an, wie viel Investmentkapital ihr in diese Strategien steckt. Und wir haben jetzt, wie gesagt, beispielsweise ein Muster-Account oder ein Beispiel-Account aufgelegt, um euch zu zeigen, wie man damit umgeht im Rahmen von 10.000 Euro Echtgeld. Das Ding rennt außerordentlich gut, jetzt nach knapp, sage ich mal, ja doch sieben Monaten der Laufzeit. Schauen wir uns, wie gesagt, an. Aber wenn ihr da Details wissen wollt, müsstet ihr auch in die einzelnen Strategien gehen. Und hier gibt es eben zum Beispiel Strategien, die können schon ab 500 Euro investiert werden. Das Ganze seht ihr übrigens, wenn ihr auf Angaben klickt, also in die Strategie rein, für den es jetzt zu schnell geht. Also ihr klickt praktisch jetzt hier auf irgendeine Strategie. Wir waren gerade bei Balance, jetzt gehe ich mal auf Goldmine. Dann, völlig egal, auf irgendeine Strategie in dem Zusammenhang klicken, ein Augenblick warten. So, jetzt ist meine Verbindung, glaube ich, ein bisschen lahm. Oder habe ich nicht richtig geklickt? Murphy's Law an der Stelle. Warten wir mal eine Sekunde. Auf jeden Fall auf die Strategie klicken und dann haben wir praktisch ja das Feld Zusammenfassung und das Feld Angaben. Und wenn ihr auf das Feld Angaben klickt, dann habt ihr hier immer diese Mindestanlagesumme. Und die zeigt euch an, ab welcher Summe diese Strategie investierbar ist. Und dann kann man das relativ simpel vollziehen, dass man sich so eine Strategie anhängt. Nicht alle Strategien sind ab 500 Euro investierbar. Das ist die Mindestanlagesumme. Hyperion ist zum Beispiel ab 1.500 investierbar. FX Global Performance ab 3.000. Und Galileo, ja, die erste Strategie, aber hier auch mit dem höchsten Kapitalhunger, ist ab 5.000 Euro erst investierbar. Das heißt, wenn man dieser Strategie folgen, muss man allein, um diese eine Strategie zu folgen, 5.000 Euro investieren. Wenn man hier noch ein bisschen Spielraum braucht und diese Strategie unbedingt haben will, sollte man eben hier das Mindestinvestment von 5.000 Euro mitbringen. Das ist genau das Thema. Und das ist genau das, worum es sich dreht, dass man eben hier je nach Risikohunger eben auch wissen muss, wie viel Geld steckt man hier in dieses Investment und wie viel Geld kann man dann eben entsprechend verteilen. So, wenn man eben jetzt hier, und da werden wir jetzt gleich mal konkret, in die Auswahl reingeht, um sich sozusagen einer Strategie oder vielmehr einem Konto, einem Profil und eben hier einem entsprechenden System zuzuwenden, dann gehen wir jetzt mal in den Funktionsbutton der Anmeldung gleich, weil nämlich der Hintergrund ist, wenn ihr die Strategien auswählt, wir gehen nochmal auf eine Strategie, man hier zum Beispiel auch nicht alles sehen kann, jetzt bin ich ja als Gast angemeldet, das ist natürlich Quatsch, Moment. In den Strategien, Gastzugang, in den Strategien selber kann man nämlich auch noch in die Tiefe schauen, allerdings nur, wenn man angemeldet ist, nicht Gast, sondern wenn man direkt mit seinem Profil angemeldet ist, dann kann man nämlich hier unten in diesem Feld auch schauen, hey Orders, welche Positionen sind denn geschlossen worden, gibt es denn offene, pending, wartende Orders? Das sind Situationen, die kann man dann sehen, wenn man eingeloggt ist und das kann man nur sehen, also welche Position hat das System gerade offen, wie handelt das System, das kann man nur sehen, wenn man eingeloggt ist und das machen wir jetzt einfach mal, registrieren sozusagen mit einer E-Mail-Adresse und dann mit einem entsprechenden Passwort und jetzt gehen wir direkt in unseren Account rein, JFD Invest Account, jetzt eben nicht der Gastzugang, sondern der Login, fahren das ganze System hoch und sind dann praktisch, jetzt hier in diesem Muster-Account in Anführungszeichen drin, den wir angelegt haben und man muss zugeben, kein Mensch wusste im September, dass das so rennt am Ende des Tages, aber gut, A sind wir nicht auf den Kopf gefallen und B haben wir eine gesunde Portfolio-Streuung betrieben und so haben wir mit Launch von JFD Invest eben hier diesen Account aufgelegt und dieser Account läuft außerordentlich gut, wir haben hier eine Rendite von 45% bei einem Rückschlag, bei einem maximalen Rückschlag von gegenwärtig rund 9%, ein außerordentliches Ratio und das gleicht hier schon fast eine 45-Grad-Winkel. Das heißt jetzt nicht, dass das ganze Jahr 2019 gleichsam ablaufen wird, aber wir haben den Anspruch natürlich hier eine weiterhin solide Rendite zu erwirtschaften und diese Rendite haben wir hier erreicht, indem wir hier im Prinzip immer wieder mal ausgetauscht haben, zugeschaltet haben, abgeschaltet haben, denn ihr seht es auch hier, Strategien, die sich sozusagen verwalten lassen und einbauen lassen und konkret die Zuordnung sieht man, wenn man hier auf diesem Dashboard hier auf dieser Seite auf die Zuordnung der einzelnen Strategien geht. So haben wir nämlich hier beispielsweise aktuell diese Strategien allokiert, das ist praktisch das, was wir hier gerade auch im Rahmen dieses Tortenkrams sehr schön zu sehen, im Rahmen der Aufteilung sehen, wir haben aktuell knapp 9% Cash, ansonsten haben wir hier die Strategien im Bereich zwischen 10, 15, 20% sozusagen verteilt. Ihr seht das hier im Kuchendiagramm und hier sind die einzelnen Strategien, wie sie denn jetzt hier 5 an der Zahl sozusagen gewichtet sind und das Tolle an der Geschichte ist, die Strategien in sich haben ja unterschiedliche Handelsansätze, also handeln unterschiedliche Underlines, manche sind Ausbruchsysteme, manche sind wieder Trendsysteme, manche haben so einen Grid-Ansatz, also es ist sehr, sehr unterschiedlich und hier kann man sich im Prinzip ein Bild machen, indem man auf die einzelnen Strategien klickt, Strategie finden und sich da mal mit beschäftigt und den Tipp gebe ich mal jedem, dass man hier sozusagen mal in die Strategien geht, mal schaut, was haben die denn eigentlich für eine Monatsperformance gemacht, gehen wir hier einfach nochmal auf Goldmine zum Beispiel, ja, was haben wir hier für eine Entwicklung gehabt? Wir haben auch Verlustjahre, ach hey, 2018 zum Ende war es schon hier eine richtige Durststrecke. Die Strategie lief super und plötzlich Oktober, November, Dezember hatte Goldmine ein bisschen Probleme, mal überhaupt nicht so schön anzusehen, aber okay, mit dem Jahresauftakt hat es sich wieder ein Stück weit relativiert und sehen wir auch hier im Graph, das war hier kein schöner Verlauf zum Jahresausklang, da wurde die Rendite schon ein Stück weit ja glattgestellt, will ich nicht sagen, aber etwas eben hier aufgelöst und das ist natürlich eine Geschichte, wo man sagt, Menschens, Kinder, kann passieren, aber die Strategie per se, deswegen ist sie auch gelauncht, das ist übrigens auch eine Strategie aus unserer Vermögensverwaltung, aus der Väter von unserem Dr. Stefan Friedrichkowski, kann man natürlich auch folgen und diese ist profitabel nachweislich, was nicht heißt, dass die jeden Monat Rendite macht. Insofern müsst ihr euch mit den Strategien mal ein Stück weit auseinandersetzen, neben dem, dass man eben bei Angaben abholt, nach welchem Volumen man investieren kann, eben auch schaut, wie schwankungsfreudig ist die Strategie bzw. welchen Renditeauswurf hat diese. Und dann kann man im Prinzip, wenn man diese Strategien sozusagen hier allokiert hat, dann auch verschiedene Aktionen durchführen. Man kann diese Allokationen jederzeit stoppen, man kann die Risikozuweisung bearbeiten, man kann Einzelheiten sich von der Strategie anzeigen lassen, also man kann hier diverse Auf- und Abschaltung von Strategien durchführen. Hinweise an der Stelle, wenn ihr eine Strategie mit mehr Kapital segnen wollt, dann ist es gegenwärtig so, dass ihr die Strategie komplett abschalten müsst, also praktisch hier zu Allokationen stoppen und mit dem neuen Betrag sozusagen dieser Strategie wieder folgt dann am Ende des Tages. Gehen wir mal kurz hier auf Strategie folgen. Hier ist genau das gleiche, ihr könnt praktisch hier bei dieser Zuordnung schon mit einem Blick sehen, welcher Strategien ihr folgt und hier in einem Fonds anlegen heißt nichts anderes als investieren oder eben Investitionen stoppen, wäre dann hier dieser Button. Wenn wir denn zum Beispiel Galileo folgen würden wollen, was nicht geht, weil wir nicht genug Cash haben, sehen wir hier praktisch immer auch einen zuzuteilenden Betrag, da wird schon automatisch die Maßzahl der Investitionssumme, der notwendigen Investitionssumme aufgezeigt und auch euer verfügbares Guthaben. Wie viel könnt ihr denn überhaupt reinstecken? Das wird natürlich hier nicht funktionieren, deswegen kann ich hier auch nichts an den Parameter verschieben, weil es schlichtweg nicht geht. Jetzt gehen wir aber mal auf eine kleinere Strategie zurück und dann zeige ich euch im Prinzip, dass man hier, nehmen wir zum Beispiel Neptun. Ja, wir wollen also Neptun 10% Rendite, okay, das ist ein solides Investment, auch nicht so schwankungsfreudig, wenn wir dieser Strategie sozusagen folgen wollen. Gut, jetzt habe ich das Fenster gewechselt, geht auch von hier in einem Fonds anlegen, könnt ihr praktisch hier diesen Betrag festlegen, Murphy's Law. Jetzt ist das Neptun eine Strategie, die ab 1000 geht. Eieiei, schaut's her, Angaben, 1000 Euro, hätte ich mal vorher nachgeguckt. Okay, also zurück, nächste Strategie, welche denn geht, ich weiß ziemlich genau, dass die Power FX zum Beispiel eine ist, die ab 500 geht, da hätte ich jetzt auch auf Fonds anlegen rechts klicken können oder auch jetzt hier oben nochmal und dann haben wir im Prinzip hier die 500 und da können wir jetzt sozusagen auch komplett das verfügbare Guthaben investieren oder die Minimumgröße sozusagen festlegen. Was auch noch geht, das muss jeder für sich selbst bestimmen, das Risikomanagement, also es garantiert hier praktisch sozusagen, ihr könnt das lesen, dass die Investition praktisch gestoppt wird nach einem Verlustanteil, den ihr hier festlegt. Ja, das heißt, wenn die Strategie bei minus XY ist, da könnt ihr praktisch festlegen, wie euer Investment in dieser Strategie maximal verlustig sein darf, bevor sie automatisch gestoppt wird. Das muss jeder selbst entscheiden, ob er hier selber Risikomanagement betreiben will, aber es gibt die Möglichkeit, dass ihr in diesen einzelnen Strategie euer Risiko nochmal bestimmt. Wenn ihr das ausschaltet, dann obliegt alles dem Manager dieser Strategie und der handhabt das so eben, dass er die 500 Euro verwaltet nach bestmöglichem Anspruch und hier natürlich dann auch nicht diese Summe als solches riskiert, sondern eben hier professionelles Management betreibt. Nichtsdestotrotz könnt ihr hier mit dem Risikomanagement noch ein Stück weit mehr Einfluss nehmen auf das Risiko. Aber das, wie gesagt, ist etwas, wo ich auch ein bisschen vorwarne, gerade bei Strategien. Also wir haben Kunden gehabt, zum Beispiel die Folgen eben einer Strategie, die sehr volatil ist, wie zum Beispiel jetzt eingangs gezeigt die Galileo oder die Hyperion. Und wenn man hier die Rückschläge sieht, die durchaus auftreten können im Rahmen der Strategie, macht es wenig Sinn, der Strategie zu folgen und zum Beispiel bei minus 10% den automatischen Risikostopp zu setzen, weil anhand dieser vergangenen Volatilität anzunehmen ist, dass auf jeden Fall zweistellige Rückschläge mal auch im Intraday-Wochenverlauf durchaus auftreten können. Und dann würde die Strategie automatisch gestoppt und das Investment beendet, wenn ihr diesen Risikopatten entsprechend tätigt. Aber jetzt lasst mich mal ganz kurz in die Beschau der Fragen schauen. Da sind einige drin, ich lasse mich mal aufkommen. Gehandelt wird hauptsächlich Währungen, aber auch Indexmärkte. Es sind auch hier, nächste Frage, also wie gesagt, wird Forex und Indizes gehandelt, Aktien, echte Aktien. Dazu haben wir jetzt hier noch keine, sage ich mal, Schnittstellen gebaut. Ist rein auch ein Metatrader 4 basierendes System. Insofern hier aktuell Forex und Index Trading. Die Unterschiede der Strategie, wie gesagt, hier bei Strategie finden, da die Details der Strategien mal aufrufen, ob man dem Master Account folgen kann. An der Stelle ist es so, dass wir selber Vermögensverwaltungsprodukte anbieten. Wer da Interesse hat, support at jfdbank.com oder .de, also an unseren Support schreiben. Webseite ist ja überall zu finden, beziehungsweise auf der Webseite ist die E-Mail-Adresse überall zu finden und da einfach das Interesse kundtun, dass ihr hier auf oder von jfdinvest ableitend hier auch Vermögensverwaltungsprodukte sucht. Dann werde ich euch sogar wahrscheinlich anrufen und kann euch hier durchaus ein Portfolio unsere Strategien anbieten, die unserer Gemeinschaftskonten hier gleichsam nachkommen. Also da gibt es verschiedene Strategien, je nach, sage ich mal, auch wieder Risiko, Appetit, Schrägstrich, Renditehunger, konservativ bis spekulativ und da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Das wären dann praktisch aber völlig passive Strategien. Hier bei jfdinvest ist es ja so, dass ihr praktisch selber euren Strategie-Basket zusammenbaut. Und unsere Vermögensverwaltung, die hat eigene Strategien, aber auch Strategien, die hier bei jfdinvest laufen und die auch dort gemixt werden. Nun werden sie da eben überwacht. Also das Portfolio-Management wird sozusagen übernommen. So, Andreas, das ist sehr speziell, was du gerade fragst. Du bist angemeldet, Instrument kommt der Hinweis zur Anmeldung. Da, Andreas, am besten nochmal prüfen, ob die Daten richtig sind. Auch hier unserem Support nochmal schreiben. Nach dem Motto, Login-Probleme bei jfdinvest. Also wie gesagt, ich hatte noch nie Login-Probleme. Im Prinzip da mal prüfen, wo der Fehler liegt. Ansonsten einfach die Daten zurücksetzen lassen und da nochmal neu anmelden, beziehungsweise hier nochmal da die Daten anfordern. Das sollte ja nicht das Problem sein. So, de facto hier das Vorstellungswebinar zu jfdinvest. Das habe ich mich ein bisschen verquatscht. Ich hoffe nicht zu sehr. Wir sind auch ein bisschen über die halbe Stunde rausgeschossen. Aber ich will doch hoffen, dass ich hier den einen oder anderen abholen konnte im Rahmen der Einführung zu jfdinvest. Was bleibt hier noch zu sagen? Im Demo-Modus kann man dem Ganzen nicht folgen. Das heißt, man muss schon mindestens das Minimum-Investment einer Strategie sozusagen investieren, weil im Demo-Bereich kann man im Prinzip hier oder auch als Gastzugang kann man sich hier genug historische Verläufe anschauen. Da muss man nicht mit Demo-Konten irgendwas initiieren, weil das auch immer Kapazitäten frisst und in dem Fall ja auch überhaupt nichts bringt. Und insofern ist das alles nur mit Echtgeld machbar. Und hier den Tipp an der Reihe, wer da Interesse hat, just do it. Man kommt am Probieren nicht vorbei. Ich gebe aber den Tipp, ein Stück weit mehr zu investieren im Rahmen der Diversifikation. Sprich, je größer das Anlagevolumen, desto mehr Strategien könnt ihr folgen, desto mehr verteilt ihr das Risiko in den einzelnen Investments natürlich. Und ein Korb, wie gesagt, aus fünf bis sechs Strategien kann hier sozusagen sehr schön aufweisen, wie die Entwicklung am Ende des Tages aussehen kann. Es gibt keine Garantien. Wir werden sehen, wie das Portfolio in einem Jahr steht. Aber unser Anspruch ist schon der, dass wir es weiter nach oben treiben werden und natürlich hier die Entwicklung im Rahmen des An- und Aufschaltens von Strategien auch immer schön abgefedert wird. Klar hatten wir auch im Januar mal hier einen größeren Rückgang oder auch mal hier zu Beginn des Novembers. Das ist unvermeidbar, aber dennoch sind wir sehr zufrieden, wie das hier rennt. Und das ist ein sehr schönes Beispiel davon, was man sozusagen damit machen kann. Okay, in diesem Zusammenhang, wenn noch weitere Fragen sind, dann jetzt reinschreiben. So, was passiert, wenn alle, also wenn man auf Stop und Unfollow geht, praktisch im English-Needs oder Stop the Allocation, dann werden alle Positionen zum aktuellen Kurs geschlossen. Richtig. Und wenn Positionen offen sind, die sich im Minus befinden, also die Equity sozusagen im Minus ist, dann wird auch hier das Minus realisiert. Genau das Umgekehrte bei Gewinn-Trades, die offen sind, wenn man der Strategie nicht mehr folgt und die Positionen schließt, dann ist es sozusagen abgerechnet zu dem entsprechenden Kurs des Schließens. So, genau, da ist die Frage auch beantwortet. Jetzt lassen Sie es nochmal lesen. Andreas, da würde ich dich bitten, nochmal direkt den Kundenservice anschreiben. Dann nehmen wir direkt nochmal telefonisch Kontakt auf und klären das vielleicht sogar mit dem Teamviewer direkt auf deinem Rechner geschaut. Und dann gucken wir uns das direkt mal mit der Maus an. Das heißt, da können wir ja die Maus von eurem Rechner aus bewegen, wenn ihr uns den Zugriff erlaubt. Und Andreas, da wird dir am besten geholfen. Jetzt so aus der Entfernung kann ich jetzt gar nicht sagen, wo der Problem mit der Anmeldung liegt, aber wir finden das auf jeden Fall raus. Da den Support anschreiben, 24-5 für euch da. Und in dem Zusammenhang, liebe Leute, da würde ich jetzt erstmal sagen, danke ich der Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch hier ein Stück abholen, habe jetzt hier den Leitfaden hier und da mal verlassen und konnte euch aber dennoch aufklären. Das ist zumindest mein Anspruch gewesen. Und insofern hoffe ich jetzt, dass ihr da einen guten Einstieg ins Wochenende findet. Und an der Stelle auch viel Erfolg bei allem, was ihr angeht. Investments, wie gesagt, gibt es viele Möglichkeiten, gibt es aber auch viele. Und schaut euch im Rahmen der, ich nenne es immer so schön, Diversifikation auf jeden Fall mal JFD Invest an. In diesem Sinne, wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche nochmal zu dem ein oder anderen Education Webinar oder auch dem Livestream JFD Devisenradar. Da fokussiere ich ja jeden Tag Währungen. Aber so oder so wünsche ich euch viel Erfolg, eine gute Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich schalte gleich ab und sage ein Ciao. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! ihb